Player two, Conti Schön Hepp Wow, wow Hier kann ich stehen bleiben, hier bin ich sicher Wow, ich hab grad einen Double-Hit gemacht Tot Dumm Ohne Witz Hepp Wow, Triple Effect Ich hab keinen einzigen Das bei Level 58 steht Ohne, ich hab grad ne ganz böse Vorahnung was das ist Was? Ich glaub das ist deine Lebensenergie Nicht im Ernst Warte mal, vielleicht treffe ich ihn noch einmal Ja Wir müssen den keinen 60 mal treffen Wenn der einen 60 steht, ja Shit Herrlich Schön Schaffen wir doch locker, guck mal jetzt hier Bam, Doppelangriff Ich hab ihn dann getroffen Geil Zwei Treffer und ich hab ein Leben verloren Kein Witz hat mich betäubt Und ich bin tot Willst du stehen bleiben? Springen? Ja und dann nimmt sie mich so nie im Mangel, was ist das denn? Schon wieder tot Juhu Wow Wark, wark, wark Ich bin ganz tot, schön Wir haben ihn dreimal getroffen Von 60 Juhu Aber wer kommt denn auf die Idee, so ne Bross 60 Hit Points zu geben, ganz ehrlich Wer kommt auf die Idee, so ne Prinzessin zum Retten zu machen? Guck mal an, was wir da befreien wollen Ja, ich seh's auch Oh Von der alkoholischen Hexe Genau, und was wirft die da eigentlich? In meinen Flaschen Schnapp Wow Also das war mal Ja, ja Halt sie fest Fest Das ist ein guter Gle... Hier, einfach in der Ecke stehen und schießen Ach ich bin... ja Super Ach ich bin... ja Aaaaaaah Gewinde Fuuuck War's das? Ja, schön Ey, 3C Treffer Ist das nicht götzlich? Ich bleib jetzt bei der Strategie Du musst dir deine andere Ebene suchen, weil ich dich auf dem Boden immer betäuben werde, aber... Ah, ich mach das hier so So, blam, 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 ein Treffer Aaaaaah Drei Treffer Man wird schnell mit dem Blitzen, das gefällt mir nicht Sieben Treffer schaff ich Sechs hab ich geschafft Wow Jetzt bin ich tot Ach, ist das schön Hilfe! Hilfe! So ein Scheißboss Das ist so ein Mist Schön wär doch, wenn wir jetzt den Endgegner im Siegen überkopter haben Glückwunsch, ich hab die erste Welt geschafft Ja, es gibt auch noch Super-Double-Bobble hier drin Das ist quasi noch mal ne schwere Version des Spiels Ahm, schön Heißt dann was genau anders? Mehr Monster, glaub ich, war das einfach nur Und drei von diesen Endgegnern am besten hier noch Oh, kommt schon! Kann man gerade anders sagen, wir haben keine Leben mehr Leuuuuh Hast du dich schon getroffen? Bam Bam, du hast mich umgebracht Wuuuuuuh Wuuuuh Ein Traum Ein Traum Ein Traum von Bos Das macht Spaß Hepp 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 Oh Gott. Wow, ich habe mir immer schon zahle getroffen. Wow, okay. Ein bisschen mit Strategie vielleicht mal. Ich habe einen Plan. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, ja, mhm. Ich müsste mich nur noch runterkommen. Dann könnte ich doch mal ausprobieren. Wow, du hast zwei Legen. Genau so, in der Art, dachte ich mir das gerade. Boah, ein bisschen anders. Cool, ich bin wieder da. Ja, ich lebe. Juhu. Ich werde dein Leben kostbar brauchen. Ja, ja, das ist gut. Guck mal. Ach so, stimmt. Wegen Sterben und so. Ich schaff's nicht mal mehr rechtzeitig zum Trank hoch. Ich bin ja so grottig. Wow. Donnerwand. Hier, meine Strategie. Ich nuke diese Ballons und du triffst sie. Ich kann sie nicht mal kaputt machen. Was ist das denn? Also deine Dinger. Kannst du nicht? Nee. Ich laufe jetzt mal ein bisschen rum. Ich bleib nicht auf der selben Stelle. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Game over. Lalalala. Juhu. Gut. Dann kannst du mir jetzt ein bisschen Leben mehr geben. Ja. Super. Hätten wir das auch schon mal geklärt. Ein Traum. In grün. Traum. Yeah, nein. Nicht spucken. Aber merkst du auch, was das große Problem an deiner Strategie ist? Ja, nein. Es dauert ewig. Ja. Aber ich versuch's nochmal so. Wow, ich bin in die Flasche reingeraten. Grandios von mir. Ich muss meinen Rutsch finden. Ich bin schon wieder. Ich hab keine Ahnung, wie man diesen Boss machen soll. Es könnte auch sein, dass er so schwer ist, weil wir die Secret-Levels nicht geschafft haben. Dass das eine Strafe jetzt ist. Das wär eher was. Doch, ich kann deinen Blasen doch kaputt machen. Dann war es dann eben wahrscheinlich nur wieder so eine tolle Anzeige. Ich bin so ein Game Over. Das ist super. So, schön. Hau ab! Ich bin zu langsam! Jetzt bin ich zu schnell! Aber ich lebe! Nur 50 Treffer, Zoe. Ja, das war's nicht. Und hier trifft einer. Schön. Nein! Gibt's das! Bam. So. Ich bin Player. Continue. Hep. 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 Nein, ich falle! Ich krieg nicht mal mehr den Drang. Doch, ich krieg den... Ja. Ohne Witz, ich bin so schlecht. Und schon wieder tot. Irgendwie läuft's gerade bei mir nicht so richtig. Gut, ich bleib einfach mal stehen und bewege mich gar nicht. Auch schön. Gut! Hehehe. Ja, das war elegant. Fast schon gut. Mhm. Fast schon ein bisschen. Nächste Runde. Wuhu! Träumen. Träumen. Hep. 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 Hey, wieso? Dein Spawn hat meine Blasen zerstört. Auch gut. Was zum... Ich wurde irritiert von diesem Vieh. So, rüber. Rüber, rüber! Der Bommel der Mütze hat mich getötet. Dieser Zipfel da hinten. Der ist auch gefährlich, muss aufpassen. Merke ich. Aber schon wieder... Ja. Kennt man. Nice! Ah, ich will nicht mehr. Na! 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 Game over! Das schaffen wir! Das schaffen wir! Das schaffen wir! Guck mal, es werden... Es gibt eine Taktik? Ja! Ja! Nein! Doch! Bestimmt! Also, würde ich ja sagen, würde jetzt lügen, aber... Bestimmt! Yo! Yo! Ich hab vor... Ich hab vor... Am Anfang fällt das Problem, weil die immer bei mir anfängt. Ich bin direkt tot! So. Drunter her. Drüber. Drüber! Oh, fall schneller! Bubble! Wer nennst du dich jetzt? Nein, Bubble. Ich bin der Zweite. Oh, Mann! Ich komm nicht mehr hoch zum Trank! Hallo! Ich auch nicht. Ich hab noch ein Leben. Ja, schön. Schön! Schön! Super! Ich denk immer, ich wär da sicher! Ja! Das wird so ein Video wie, ähm... Wie viele... Ähm... Videos hast du gebraucht für Guy? 19! Gut! Ähm... Mal gucken, ob wir das toppen! Oh! 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 Attacke! Salve! Salve! Ja! Ich sterbe zwar, aber das ist mir egal! Ich hab mich getroffen ganz oft! Was? Was? Das waren jetzt vier Treffer? Das waren irgendwie zehn! Ja, schön! Oh, und ich bin dort! Oh, das... Welch mal? Gut! Zoe, das ist doch Mist! Ja, nee, ich bleib bei meiner alten Taktik! Du kannst mir nicht erzählen, dass es früher Kinder gab, die sowas freiwillig gespielt haben! Naja, das waren dann so... Die Kinder, die auch dann... Ja, jetzt fällt mal kein Beispiel ein... Strafe halt, wie du schon sagtest, ne? Mhm! Du hast jetzt immer nicht aufgeräumt! Spielbubbobbel! Neeiiiins! Treffer! Tot! Ups, Entschuldigung! Was? Achso! Na, verdammt! Egal! Schön! Autsch! Oho! So, ey, ich konnte den Trank nicht... Ich kann den Trank nicht einsammeln! Achso, ich hab den Trank schon! Gut! Das ist auch immer... Warum steht der da noch da oben? Seltsam! Na! Wow! Wow! Achtung! Mega-attacke! Wow! Oh! Ein Viertel haben wir! Nice! Genau so! Und... Ich hab den Trank nicht verblendet! Oh! 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 Wow! Ich komm noch drunter. Ah, das ist mein Player. Fast schon die Hälfte. Mhm. Gut, und ich spring jetzt mal daneben. Aber da kommt er eh erst zu dir. Wo bin ich? Autsch. Hat mich nicht getötet. Ham, ham, ham. So, da ist die böse Echse wieder. Komm her. Ja, schön. Schön. Cool, oh, jetzt bin ich tot. Ich dachte, ich wäre ja gerade schon verkehrt. Dann dachte ich mir gut, jetzt stelle ich das Spielen ein und dann werde ich die ganze Zeit getäubt. Super, Zoe. Daumen hoch! Nein! Wuh! Ich glaube, wie fast doch alle leben. Ich sehe es auch gerade. Nämlich tauchen unsere Blitze teilweise links-right-limits nicht mehr auf. Ja. Attacke!